Gefährlich! Gladley. Erding. Was für ein Hammer! Ein absoluter Geniestreich! Super! Jetzt liegen sie mit zwei Toren vorn. Das war schon unglaublich, wie er da einfach mal abzieht. Und warum schlägt dieser Ball aus dem Rückraum ein? Weil dem Torhüter gleich von mehreren Mitspielern die Sicht verstellt ist. Und sehr viel besser hätte...